Geld sparen? Wie uncool! Doch wenn du immer mehr Geld ausgibst, als du einnimmst, wirst du niemals reich werden. Vier Geldtipps zum Reichwerden. Geld sparen wird von vielen als etwas Negatives angesehen. Aber es gibt viele prominente Beispiele, die sehr, sehr viel Geld verdient haben und am Ende des Tages mit sehr, sehr wenig nur noch dastehen oder sogar so weit verschuldet sind, dass sie in die Privatinsolvenz gehen. Das soll uns nicht passieren. Denn der Mensch ist ein Gewohnheitstier und man kann sich eben auch daran gewöhnen, viel Geld auszugeben oder auch ein bisschen weniger. Und hier gibt es nun die Geldtricks. Der erste Trick, man sieht es jetzt hier, ist der 5-Euro-Trick. Das bedeutet, jeden 5-Euro-Schein, den du in die Hand bekommst, wirst du in Zukunft nicht mehr ausgeben. Diesen 5-Euro-Schein steckst du ganz tief irgendwo weg und dann wird sich mit der Zeit ein schönes Bündel an 5-Euro-Scheinen ansammeln. Der Trick hierbei ist natürlich, man darf niemals wieder an dieses ersparte Geld herangehen. Wenn du etwas mehr Geld zur Verfügung hast, kannst du das natürlich auch mit 10-Euro-Scheinen tun, mit 20-Euro-Scheinen oder mit 50-Euro-Scheinen. Wichtig ist auf jeden Fall, dass du es regelmäßig tust und ich habe von vielen schon erfahren, die das erfolgreich gemacht haben, dass es wirklich etwas bringt und dass da eine ganze Menge zusammenkommt. Also, der 5-Euro-Schein, Spartrick, ist wirklich eine ganz gute Sache. Dann mein Lieblingstipp. Richte dir ein Extrakonto ein für deine Sparaktivitäten und am besten vernichte dann auch die Pin und Tanz. Denn, wenn du dieses Extrakonto hast und dann regelmäßig am Anfang des Monats, das ist ganz, ganz wichtig, am Anfang des Monats Geld dorthin transferierst, dann gewöhnst du dich nämlich dran, dass du dieses Geld gar nicht mehr zum Ausgeben zur Verfügung hast. Die meisten machen es nämlich falsch herum. Die schauen, am Ende des Monats ist kein Geld mehr da und am Ende des Monats sollte eigentlich gespart werden, aber da ist ja nichts mehr. Deswegen bespare dich am Anfang des Monats selber auf ein Extrakonto und dann gewöhnst du dich dran und kannst dann eben auch gar nicht mehr so viel ausgeben. Der Sparbetrag darf natürlich nicht so hoch sein, dass du dann wirklich Probleme bekommst, aber wirklich am Anfang des Monats einen Sparbeitrag einrichten und den dann regelmäßig eben auf ein Extrakonto überweisen. Und dieses Konto dann am besten vergessen und nach einiger Zeit mal reingucken und sich freuen. Also mit diesem Tipp habe ich wirklich sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Dann gibt es noch den Tipp des Abrundens. Das bedeutet, am Ende des Tages schaust du mal, wie viel Geld du noch zur Verfügung hast. Angenommen, es sind 102 Euro und dann rundest du die letzte Stelle ab. Das heißt, du rundest auf 100 Euro ab und 2 Euro bleiben noch übrig und diese 2 Euro packst du dir zur Seite und sparst die. Wenn du das jeden Tag machst, kommt eine ganze Menge zusammen. Das ist auch kein schlechter Tipp. Und der Tipp der Tipps ist natürlich am Ende des Tages, dass man immer auf sein Ausgabeverhalten achten sollte. Preise vergleichen und sich natürlich fragen, brauche ich das jetzt wirklich oder ist das nach 2 Wochen schon wieder langweilig und landet schlecht in der Mülltonne. Deswegen bewusst Sachen kaufen und nicht sich verleiten lassen. Du kennst das, wenn du mit hungrigem Magen in den Supermarkt gehst, ist der Einkaufswagen auf einmal voll und eben diese psychologischen Tipps und Tricks beachten und dann ist man schon auf einem guten Weg, nämlich Geld zurückzulegen. Und das ist ganz, ganz wichtig, wie gesagt. Geld zurücklegen und das natürlich da dann auch nicht vergammeln lassen, sondern dann möglichst sinnvoll investieren und dann das Geld wieder für sich arbeiten lassen. Das ist ein guter Weg und das Ganze bitte beachten, denn sonst kannst du noch so viel Geld verdienen. Du wirst deine Ausgaben einfach anpassen und wirst am Ende auch nicht mehr haben. Ich hoffe, der ein oder andere Tipp hilft dir ein bisschen weiter und ich freue mich natürlich über jeden Daumen hoch und ein neues Abo. Bis zum nächsten Mal und viel Spaß beim Sparen. Bis zum nächsten Mal und viel Spaß beim Sparen.